Hallo zusammen und herzlich Willkommen zur 294. Folge vom Let's Play RMC2 in Onibus Simulator mit mir, auch Julian Rieser. Wir sind zurück von der Team in Woche auf der Karte Freifurt Motte, wir fahren jetzt die Linie 65, sie führt von Mosbach nach Freifurt Z.O.B. Fahrzeug ungefähr zwischen 10-15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Neoplan N116-3HL, Facelift mit 6-Gang Schaltgetriebe. Wir fahren im Stralsumma, wir pannt also im Möller Reisen. Jetzt wieder Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Das ist der Fahrplan aufhängt. Ja bestimmt. Klar, dass sich der aufhängt. Stuttgart Das war's für heute. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 65. Sie führt uns von Moosbach-Boogruine nach Freifurt-ZUB. Mein Name ist John Riesa, ich bin heute ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher vor allem sanft für schöne Freifurt begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen schiene ich noch das Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte helfen Sie mich nicht mal ohnehin zu fragen. Dankeschön. Und in diesem Bus funktionieren die Anzeigen leider nicht. Bitte, dass Sie auch schon aussteigen möchten. Dankeschön. Nächster Halt Kaltenfeld Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch alle draußen geht's allen gut. Mir geht's auch dementsprechend gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen zur Zeit bei 209 Abonnenten und Dutu hat sich aktualisiert mit den Aufrufen. Wir sind bei über 77.100 Aufrufen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mir ja schon frische Klamotten bereitgelegt. Da werde ich mir noch später frische Klamotten anziehen. Guten Tag. Guten Tag. Keine Fahrkarte wie den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Nächster Halt, Koloniestraße. Also ich habe den Neoplan 4021 in der Void und in der ZF4HP-Variante probiert, ob die gehen. Nein, ich habe es ja probiert und die gehen leider nicht. Nicht, da ist irgendwo ein Motor-Bug. Also man hört dann nichts, wenn man den Motor anmacht und so. Und dann gibt es noch das Problem mit dem Fahrplan, da ist auf dem Lenkrad festgeklebt. Man kann den, glaube ich, fast nicht wegbekommen. Deshalb habe ich mich für den Bus entschieden, weil ich den euch noch nicht in einem Let's Play in der Version gezeigt habe. Ding Dong! Nächster Halt, Erfurter Straße. Ah, wieder läuft mir hier. Also ich kann euch nur die Linien zeigen, was es auch im Fahrplan gibt. Und die anderen Linien kann ich euch leider nicht zeigen, weil es ja KI-Linien sind. Und KI-Linien kann man nicht fahren, nur die, was im Fahrplan steht. Genau. перв 80, läuft dran zur Halt Place. Okay? Housingalog. Oh, das ist ja. Ja und damit machen jetzt nicht mehr, wirklich passt und schauen. Aber jetzt wird danach bisschen mehr nach in電みたい. Also ist jetzt hier. おい. Also was komisch ist, ich hab geguckt, in meinem YouTube-Knall-Dashboard, zeigte mir, dass ich, ähm, 208 Abonnenten habe, aber YouTube zeigt mal, dass ich 209 Abonnenten hab. Auch komisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt. Freifurt, Zentralaunibusbahnhof, ZOB. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Terminus, bitte leave the bus hier. So, meine Lieben, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch mein Kanal gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf dem Video auch einen Daumen nach oben da und schaut gerne Fragen oder Wünsche an mich gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, baut gemisst und bis zum nächsten Mal. Und das ist unser Bus, unser Neoplan N116-3HL. Facelift mit 6-Gang-H-Schaltung. Also, macht's gut und tschüss. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf meinem Community-Discord-Servo vorbei. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanal-Info. Und lasst euch überraschen, auf welcher Linie wir als nächstes fahren werden.